Ich möchte mich für mein letztes Video bei Leon entschuldigen, er hat mich informiert, dass er normalerweise nur 4 Bier trinkt, nicht 8. Auch wenn ich nie behauptet habe, dass er jeden Tag 8 Bier kippt, will ich mich trotzdem bei ihm entschuldigen, weil es so rübergekommen sein könnte. Aber das ändert nichts, daran dass Leon Alkoholiker ist. Was für jeden Arzt auch ein Warnzeichen ist, dass Leon meist alleine trinkt und er selten in Gesellschaft von anderen Leuten, ich wünsche Leon alles Gute und dass er die Stärke, hat sein Alkoholproblem einzusehen und den Alkohol zu besiegen.